Seit seinem Sieg bei Let's Dance ist Island-Schönling Rurik Gislason in aller Munde. Der Ex-Fußballer setzt nun ein modisches Statement. Ein neues Foto lässt seine Valentina Pade nun schier ausflippen. Mit seinem Sieg im Finale von Let's Dance 2021 hat sich der Ex-Kicker in Deutschland noch einmal besonders ins Rampenlicht gestellt. Auch in der RTL-Show galt er schnell als Frauenschwarm. Ein neues Foto von ihm lässt seine, meist weiblichen, Fans nun schier ausflippen. Dabei ist es eigentlich, nur, ein Porträt. Aber eben von Rurik. Mit nacktem Oberkörper und zurückgebundenem Haar liegt Rurik Gislason auf dem Schnappschuss im Bett. Er verzieht kaum eine Mine, schaut aber eindringlich in die Kamera. In den Kommentaren schreiben seine Fans. Da ist etwas lila hinter ihm. Da wär mir ja fast das Handy aus der Hand gefallen. Augen sind der Spiegel der Seele. Deine Seele muss sehr schön sein. Wie kann ein Mann nur so unglaublich schön sein? Ist das ein BH? Du brauchst einen Waffenschein für deine Augen. Diese Augen sind der Wahnsinn, verdammt schön. Das Bild darfst du dir nicht vom Einschlafen ansehen. Mit dem Herzrasen wirst du keine Ruhe finden. Eine Anhängerin schreibt, falls die Gerüchte wahr sein sollten, ich kann es ihr nicht übel nehmen. Und eine andere antwortet, ganz genau, bei Rurik kann man echt niemandem jemals irgendetwas übel nehmen. Seit dem Finale von Let's Dance gibt es Gerüchte um eine Liaison zwischen Rurik Gislason und Valentina Pade. Beide standen im Finale der Show, wurden anschließend zeitgleich auf Mykonos gesichtet. Die vergangenen Tage verbrachte Rurik übrigens in Barcelona. Am heutigen Samstag, 19. Juni, geht es für ihn zurück nach Deutschland. In München will er das EM-Spiel zwischen Deutschland und Portugal live im Stadion verfolgen. Deutschland soll übrigens auch dauerhaft seine Heimat werden. In welche Stadt er ziehen will, ist aber noch nicht klar. Das dessert war schon weil man nicht wirklich schon besуется hat. Seitdem, beißtäckenünkSec hier im Koenig kiehl in Rosenstand front